HC Artmann, der strenge Herr Onkel, befiehlt Rosalien, ein Huhn abzustechen, was Rosalien sehr in ihr weiches Herz schneidet. Rosalie, sagt der Herr Onkel, stich ein Huhn ab, der Herr Amstrad Marisch kommt heute auf Besuch. Oh Rosalie, wie wird das werden, wegen dem bläden Herrn Marisch muss ein weißes Händel stirben? Rosalie, sagt der Herr Onkel, nimm das Stilett und schleife das Picobello auf dem Schleifstein. Das ome Tier ist so nicht zu viel leiden. Oh Rosalie, Rosalie, oh Lilie und Rosa, wie wird das werden? Der Gedanke schon alleinig ist so schirch, schon er gibt deinem guten Herz einen tiefen Stich. Rosalie, sagt der Herr Onkel, sei wief und schneid dich nicht in deinen Fingern, ich kann kein Blut nicht sehen. Oh Rosalie, Rosalie, dein gutes rosenrotes Herz, wie wird's dem gehen? Rosalie, schreit der Herr Onkel, mein Freund der Marisch und ich sitzen schon im Salettl mit Messer und Gaube und haben einen riesen Flamont. Rosalie, 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 eher stickst du dich in dein eigen Herz, als in das omen, omen Händel sei nix.